Pillenabo beim Pharmaunternehmen. Bedenkliche Entwicklung 2030. Es gibt aber auch Pharmaunternehmen, die erfinden ganz neue Krankheiten für bereits existierende Medikamente. Das bis ins Jahr 2030 ungefähr, ca. die Hälfte aller Menschen auf der Welt, also bis zu 4 Milliarden Menschen irgendwie übergewichtig oder sogar adipös sein könnten. Und damit macht auch die Pharmaindustrie langfristig sehr viel Kohle. Ich bin mir auch fast sicher, dass diese ganze Ernährungsindustrie und Pharmaindustrie auch miteinander Absprachen machen. Wenn du wirklich die Ursprünge deiner Krankheiten auflösen möchtest, musst du tiefer gehen, als einfach nur dir irgendwas verschreiben zu lassen. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, euch zu Hause geht's gut. Und zwar gehen wir jetzt in das nächste Video rein. Was heißt Pillenabo beim Pharmaunternehmen. Bedenkliche Entwicklung 2030. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Ist auch wieder ein Video aus dem Discord. Sorry. Das heißt, wenn ihr auch mal einen Vorschlag abgeben wollt, dann checkt den Link in der Beschreibung. Discord. Auf der linken Seite gibt es einen Kanal, der heißt Video Vorschläge. Da könnt ihr euer Lieblingsvideo oder das Video, wo ihr sagt, da würde ich dich gerne mal drauf reagieren sehen, reinjagen, reinfetzen. Und ja, dann reagieren wir eventuell mal auf einen Vorschlag auch von dir, mein Jutster oder meine Jutste. Und jetzt gehen wir rein in das Video. Es gibt Pharmaunternehmen, die erfinden neue Präparate und Medikamente für existierende Krankheiten. Es gibt aber auch Pharmaunternehmen, die erfinden ganz neue Krankheiten für bereits existierende Medikamente. Die guten alten Pharmaunternehmen, wa? Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Sanfte Grüße zurück, mein Jutster, Alter. Da kriege ich direkt positive Vibes. Hier geht es mir um ein ganz wichtiges Thema, welches mir schon sehr lange durch den Kopf schwirrt. Und jetzt... Sanfte Grüße ist auch ein geiler Ausdruck, ne? Natürlich. Ich gestern wieder mit meiner Freundin angefangen habe, die Serie Dope Sick auf Disney zu schauen, wollte ich unbedingt jetzt mal hier das Ganze thematisieren, weil es höchst aktuell, höchst akut ist und auch die Zukunft von eigentlich fast allen Menschen auf dieser Welt betreffen wird. Worum geht es aber eigentlich? Da muss ich so ein bisschen ausholen. In den 90er Jahren gab es ein Pharmaunternehmen, das nannte sich Purdue Pharma. Und dieses Unternehmen hat unter anderem Schmerzmedikationen produziert und verkauft. Und dann war das Problem, was ja auch sehr häufig bei Pharmaunternehmen der Fall ist, dass sie am Anfang noch Patente haben auf zugelassene Medikamente. Das wird dann zum Beispiel von der FDA in Amerika zugelassen. Und dann haben sie meistens eine gewisse Zeit, wo sie richtig viel Geld verdienen können, um auch ihre ganzen Forschungskosten und so weiter wieder reinzubekommen. Und dann eben natürlich auch Gewinne für die Aktionäre zu machen. Das ist völlig klar. Und jetzt ist es aber so, dass irgendwann, wenn die Patente auslaufen, dann natürlich die ganzen Konkurrenten sich anfangen, auch darauf zu werfen und die Gewinnmargen meistens nach unten gehen. Und genau das war damals die Gefahr für Purdue, weil es nämlich bei einem ihrer wichtigsten Medikamente genau der Fall war, dass das Patent auslief. Und so haben sie eben dieses Oxycontin eingeführt, was ein stark abhängig machendes Opioid ist. Und sie haben das Ganze damals aber beworben als nicht abhängig machend, weil es eben nämlich so zeitversetzt im Körper freigesetzt wird. Und das ist deswegen auch sehr sinnvoll bei starken Schmerzen, weil man zum Beispiel nachts als Patient nicht extra wieder aufstehen muss, um seine Schmerzmedikationen und so weiter zu benutzen. Und das Interessante ist, dass sie dann eben sich gedacht haben, hey, wir können doch gleich noch eine Krankheit mit dazu erfinden namens Durchbruchsschmerz. Und das bedeutet, dass wenn die Dosis einfach nicht ausreicht und die Leute einfach trotzdem wieder Schmerzen bekommen, dass man einfach die Dosis anfängt zu erhöhen und man den ganzen Ärzten sagt, ja, das ist der neue sogenannte Durchbruchsschmerz. Digga, das ist so hardcore. Ich finde das so hardcore. Also ich finde das auch sehr schade, dass da keine Art von, ja, dass das nicht irgendwie reguliert wird. Weißt du, wie ich meine, dieses ganze Pharma-Ding, weil da geht es um Gesundheit von Menschen. So und damit, dass das einfach ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen ist, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, alte Haribo verkaufe, so, das finde ich schon extrem, weil da sollten schon gewisse Regulatorien einfach vorhanden sein, die es den Leuten nicht so einfach möglich macht, Reibach zu machen mit der Krankheit von Menschen. Weißt du, wie ich meine? Da müsste es eigentlich eine Form von Kontrolle geben, die es ja angeblich gibt, aber die Leute sind auch alle korrupt da, FDA etc. Müsste es eigentlich noch eine härtere Kontrolle von irgendwelchen unabhängigen Instanzen geben, die dann wirklich überprüfen, ob da jetzt nur Geld gemacht werden soll oder ob da wirklich was dran ist. Weil, ja Digga, das ist einfach, das ist einfach traurig, weil es wird mit Menschen Schicksalen und mit Krankheiten und mit diesen ganzen Sachen einfach gespielt, sodass man so viel wie möglich Geld macht. Weißt du? Wenn man das hat, dann kann man einfach die Dosis erhöhen. Das heißt, die haben einfach eine Krankheit erfunden, um dann eben dieses Oxycontin überall auf alle möglichen Schmerzleiden anwenden zu können. Also nicht nur auf wirklich starke Schmerzen, sondern zum Beispiel auch auf alltägliche Sachen, wie wenn du zum Beispiel dir irgendwo eine Knieverletzung oder irgendwie sowas zugezogen hast. Teilweise ging das sogar so weit, dass sie gesagt haben, wenn du einen Kater hast, dann kannst du das nehmen. Problem mit der ganzen Sache war, wie es in der Realität ja immer so ist, weil es ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Könnt ihr euch auch auf Disney angucken. Nennt sich Dope Sick die Serie oder selber nachlesen. Disney fühle ich nicht. Das ist eben doch sehr stark abhängig gemacht hat. Und ja, die Leute, die das irgendwie versucht haben abzusetzen, massive Entzugserscheinungen hatten und eben viele, viele hunderttausende Menschen auch in Amerika gestorben sind. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, Kolja, was interessiert mich das, was in den 90er Jahren irgendwo in den USA abgelaufen ist. Nun ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Geschichte und zwar der heutigen Zeit und dem sogenannten Fentanyl. Weil Fentanyl ist nämlich ähnlich, auch so eine Art Opioid und der Unterschied... Fentanyl, da sind doch voll viele in Amerika auch abhängig von. Das sind doch die ganzen Leute, Obdachlosen in Amerika, die sich dieses Fentanyl reinfetzen, oder? Und dann richtig auch, das ist ja krankes Zeug. So zum Beispiel jetzt Morphium oder so, was ja tatsächlich sozusagen aus diesen Pflanzen und so weiter, aus Mohnen und so gewonnen werden muss erst mal. ist, dass eben auch Fentanyl synthetisch hergestellt werden kann und dass es sogar noch extrem wirksamer ist, irgendwie 50 Mal oder so, so wirksam wie irgendwie Morphium und so. Und dass es eben auch, ähnlich wie Oxycontin, neben dieser stark schmerzländernden Wirkung eben auch so einen High-Effekt erzeugt. Das ist sowieso so eine Entwicklung, wo ich sage, das finde ich voll extrem. Also in meiner Zeit damals, da gab es keine Jugendlichen, die sich irgendwelche Schmerzmittel reingefetzt haben. So. Ja, da gab es ein paar Jungs, die vielleicht voll, die verjunked waren und irgendwie sich dann irgendwann mal irgendwo Schmerztabletten geholt haben und dann so ein Cocktail aus Schmerz, Schlaftabletten und so einen Scheiß gemacht haben. Ich habe sogar leider jemanden, den ich damals kannte, der von sowas gestorben ist, also eingeschlafen ist und nie wieder aufgewacht ist. Der war irgendwie, das war der Bruder von einem Kumpel von mir, der hat leider auch so Heroin und solche Geschichten genommen. Harte Geschichte eigentlich. Sehr harte Geschichte. Und der war dann auf dem Heroinentzug, ist irgendwann zurückgekommen und hat sich dann einfach so einen Cocktail aus Tabletten reingefetzt und ist dann einfach nicht mehr aufgewacht. Und heutzutage sieht man das halt schon, das ist ja schon angekommen in der Mitte der Gesellschaft mehr oder weniger, dass viele Jugendliche sich einfach irgendeine Art Schmerztablette, Hustensaft und diese ganzen Sachen, die du halt in der Apotheke kriegst und hier in Mexiko kriegst du die auch einfach umsonst, nicht umsonst, aber ohne Rezept so. Hier kriegst du alles ohne Rezept und ich finde diese Entwicklung mit diesen ganzen Tabletten und diesen ganzen Sachen extrem schwierig. Sehr schlimm. Und gleichzeitig Menschen sehr schnell abhängig macht und bei Fentanyl ist auch noch das zusätzliche Problem, das es schon in kleinsten Dosen nicht nur abhängig macht, sondern auch in kleinsten Dosen schon, ja. Degger. Einfach meine Kette ist gerade zerrissen, Degger. Und die Kugeln sind jetzt auf dem ganzen Boden verteilt, fühle ich. Degger, wir ziehen erstmal durch. ...tödlich sein kann. Und das ist übrigens auch der Grund, warum es aktuell in Amerika so viele Leute gibt, die daran auch sterben, auch Jugendliche beispielsweise, weil zum Beispiel dieser Stoff auch allen möglichen anderen so Party-Drogen wie Kokain und so weiter ja zugesetzt und beigemengt wird, damit eben Menschen möglichst schnell abhängig werden, nehme ich mal an, weiß ich auch nicht so genau, aber jedenfalls führt es dazu... Ach krass, das wird da mit reingemischt, oder was? ...dass auch viele Leute einfach sterben, weil sie gar nicht wissen, dass sie es gerade einnehmen, ja. Und deswegen kann man natürlich an dieser Stelle nur sagen, Finger weg allgemein von irgendwelchen, ja, Drogen und solchen Geschichten, das ist natürlich vollkommen klar. Aber wenn man jetzt mal von dort so eine Stufe runter geht und sich anguckt zum Beispiel, was auch gerade ja richtig modern wird, sind solche Präparate wie Vigovie, ne. Und da habe ich jetzt zum Beispiel gerade so ein Video gesehen auf TikTok von einer Anwenderin von Vigovie, da könnt ihr ja mal kurz reinschauen. Was ist Vigovie? Medication for Weight Loss, wenn ich dich schon sehe, ne, dann sehe ich einfach nur den gleichen Shit, den ich überall sehe. Weißt du, was ich meine? Medication for Weight, so die ersten paar Sekunden und die Nase und das Gemachte, das sagt schon voll viel aus. Das ist jetzt das nächste Ding, wo die Eulen sich alle reinfetzen, damit die Weight abnehmen, oder was? Und das ist zum Beispiel ein Präparat, das stellt das Unternehmen Novo Nordisk her. Das ist ja mittlerweile, ich glaube, eines der Top-Faktoren. Das ist auch mal ein Thema, worüber man eigentlich auch mal ein Video gucken könnte oder einen Stream machen könnte, weil das, glaube ich, auch ein sehr extremes Thema ist mit diesem Schönheitswahn der Mädels so. Dass die wirklich denken, dass die alle gleich aussehen müssen, die gleiche Nase haben müssen, die gleiche Schminke tragen müssen, den gleichen Arsch haben müssen, denselben Look haben müssen, sonst sind sie nicht sexy. Weißt du? Das ist eine Entwicklung, die ich extrem schade finde. Ich habe mich mit ein paar Mädels hier in Cancun, in Tulum auch unterhalten. Ich habe so eine, bei mir müsst ihr wissen, egal mit, auch wenn ich mit Mädels rede oder irgendwie auf meinem Vibe unterwegs bin, ich habe immer diepe Gespräche, immer, egal mit wem, versuche ich irgendwie tief reinzugehen in denjenigen und zu gucken, wie tickt dieser Mensch, so weißt du? Und dann habe ich auch mit einer Dame auch mich unterhalten und die hat gesagt, dass die vor ein paar Jahren hier nach Cancun gezogen ist und sich dann auch von diesem Schönheitswahn hat leiten lassen und dann den ein oder anderen Eingriff auch gemacht hat. Und das finde ich so extrem schade, weil die meisten von diesen Mädels, Frauen, sehen schon von Natur aus wunderschön aus. Und die denken dann, die müssen ihre Titten machen lassen oder sich irgendwas in den Arsch reinspritzen oder irgendwie ihre Nase umoperieren lassen und so, damit die dann hübscher sind oder schöner sind oder sowas. Und das ist eine Entwicklung, die auch sehr, das macht, glaube ich, viele Frauen auch psychisch kaputt, weißt du? Ist einfach nicht geil. Vor allem eben, spezialisiert ist auf Insulinproduktion. Und das ist ja so, die Diabetiker auf der Welt, die nehmen rasant zu. Es gibt einzelne Schätzungen, dass bis ins Jahr 2030 ungefähr circa die Hälfte aller Menschen auf der Welt, also bis zu vier Milliarden Menschen irgendwie übergewichtig oder sogar adipös sein könnten. Und jetzt ist es so, dass normalerweise eben... Letztens habe ich ein Video gesehen, hat ein Bruder von mir aus Tulumen in der Story geteilt. Da haben die so einen Videofilm, so einen Ausschnitt gezeigt. New York, ich glaube in den 70ern oder so, und dann sind da Millionen Menschen rumgelaufen. Und das Video geht halt wirklich ein, zwei Minuten auf Schnellmodus und da sind Millionen Menschen rumgelaufen. Da war nicht ein übergewichtiger Mensch dabei. Nicht einer. Musst du dir mal reinziehen. Und heutzutage, wenn du das Gleiche nochmal in New York machen würdest, dann würdest du kaum noch Leute sehen, die ein normales Gewicht haben. Sorry, aber es ist so. Also diese übergewichtige Geschichte, also dieses mit Übergewicht und so, das hat auch extrem zugenommen, gerade in der westlichen Welt. Das ist nicht gesund. Und damit macht auch die Pharmaindustrie langfristig sehr viel Kohle. Deswegen so, ich bin mir auch fast sicher, dass dieses Ganze, diese Industrie, Ernährungsindustrie, Pharmaindustrie auch miteinander Absprachen machen, wie mit welcher Ernährung, mit welchen Produkten wir Menschen noch kranker machen können, damit wir dann wieder Tabletten verkaufen können und solche Geschichten, weißt du. Es geht den Leuten halt heutzutage nur noch um die Kohle. Keiner von diesen Lobbyisten oder von diesen Unternehmen, leider auch die Politik, die das eigentlich alles regulieren müsste, macht das nicht. Und dadurch werden Menschen immer kranker und kaputter. Ja, Diabetiker natürlich auch entsprechende Präparate und Medikamente bekommen. Und jetzt schwappt aber so langsam das Ganze über, auch unter anderem dank TikTok und so, in den allgemeinen Gebrauch. Also es gibt jetzt immer mehr Leute, wie eben diese Dame, die sagt, hey, ich habe hier nach der Schwangerschaft so ein paar Pfunde zu viel. Ja, und auch dieses ganze Tilidin-Ding und so, weißt du, wie ich meine? Diese ganzen komischen Sachen werden ja heutzutage einfach über Songs promotet, Bro. Dann hast du auf einmal eine ganze Generation, die sich Tilidin reinfetzt, weil Capital Bra und Konsorten da einen Hit draus gemacht haben. Weißt du? Heftig. Jetzt hole ich mir erst mal dieses V-Go-V und das führt eben dazu, dass du einfach zu 15 bis 20 Prozent weniger Hungergefühle hast und weniger isst. Würdest du, würdest du Werbedeal mit McDonalds machen? Nein. Sag niemals nie, aber nein. Eigentlich nicht, nee. Nee. Außer für vegan. Wenn die über mich noch ein paar vegane Produkte einführen, die wirklich gesund sind, dann ja, ansonsten nein. Ich fange erst mal scheinbar noch ohne irgendwelche Nebenwirkungen und so, aber das Problem ist an der ganzen Sache, willst du dich jetzt von so einem Stoff beispielsweise abhängig machen? Ich bezeichne das dann als eine Art Medikamenten-Abo auf Lebenszeit, weil wir kennen das ja alle, vor allem ich auch. Ich habe selber ja Fitnessfachwirt, die Ausbildung gemacht und eine Sache, die ich halte immer wieder, festgestellt habe. Es gibt eigentlich nur zwei wirkliche effektive Möglichkeiten, um den Fettabbau im Körper wirklich zu bekämpfen. Und zwar, dass du Ernährung und Sport ein schön intensives sportliches Training, am besten Krafttraining, kombinierst mit eben einer Ernährungsanpassung. Weil wenn du eben Krafttraining machst, dann wird dein Körper einfach nach und nach Muskulatur aufbauen. Die Muskulatur erhöht deinen Grundumsatz. Das heißt, du ver... Das ist auch so eine Sache, die ich mir von Gesundheitsministern und Politik etc. noch viel mehr wünschen würde. Da würde man nämlich merken, dass die wirklich ein Interesse daran haben, dass Menschen gesund sind. Auch gerade in dieser ganzen Pandemiezeit habe ich nicht einmal aus deren Mund gehört, dass sie was Gutes, dass die, also dass die den Menschen empfohlen haben, was Gutes für ihren Körper zu tun. Das Einzige, was hilft gegen diese Krankheit, ist zu Hause bleiben, was ja Leute dazu treibt, noch mehr Scheißdreck zu fressen, Alkohol zu konsumieren, Drogen zu konsumieren etc. Also die Zahlen sind extrem hochgegangen in der Pandemiezeit. Aber keiner von denen hat gesagt, ey, macht Sport, guckt, dass ihr Vitamine zu euch nehmt, trinkt jeden Morgen Zitronensaft, was auch immer, halt irgendwelche gesundheitlichen, ernährungssportlichen Tipps hätte ich mir mal gewünscht von irgendeinem Gesundheitsminister oder irgendeinem Politiker, gerade in diesen Zeiten, wenn angeblich ein so tödliches Virus um die Welt geht. Überall immer mehr Kalorien, egal ob du gerade dich bewegst oder nicht. Und somit konnte ich jetzt beispielsweise auch, während der ganzen Covid-Zeit und so, habe ich es einfach ganz gut in den Griff bekommen. Ich habe zwar auch ein bisschen zugenommen, ich bin jetzt aber nicht irgendwie komplett dick oder fett sogar geworden oder so, weil ich eben auch immer schön noch trainiert habe und ernährungsmäßig auch so ein bisschen das Ganze habe schleifen lassen während der Pandemie. Immer mal wieder so Essen bestellt und so weiter. Aber das sind wirklich Selbst ich, der Bruder, der seit zwölf Jahren trainiert, der seit zwölf Jahren trainiert, hat sich die ersten zwei Monate von diesem ganzen Scheiß auch, weil bei mir ist halt auch sehr viel passiert. Ich habe natürlich auch persönlich da sehr viele Sachen mitgemacht durch diesen ganzen Shitstorm, Cancellation etc. pp. so, dass ich dann auch selber ein, zwei Monate lang, Bro, ich habe fast jeden Tag, ich habe fast jeden Tag Burger gefressen, Süßigkeiten gefressen. Ich habe sogar angefangen dann Alkohol zu trinken. Ich habe früher nie eine Flasche Alkohol zu Hause gehabt. In der Corona-Zeit, Pandemie-Zeit, Lockdown-Zeit habe ich mir einfach Jacky gekauft immer. Ich habe immer was zu trinken zu Hause gehabt, abends ein, zwei Gläser Jacky, Bro, aufentspannt so und nicht richtig trainiert, weil du ja nicht mehr ins Gym durftest etc. Und erst nach ein, zwei Monaten bin ich dann wieder aus dem Arsch gekommen und habe mir dann komplettes Gym für zu Hause quasi zusammengestellt mit Stangen, Gewichten etc., dass ich dann wieder angefangen habe, richtig zu pumpen. Aber das hat selbst so eine Freaks wie mich, die seit zwölf Jahren nonstop trainieren, in so eine lethargische Phase reingebracht, wo du nicht mehr wirklich Bock hast, irgendwas zu machen. Einfach, weißt du? Langfristig gesunden Maßnahmen, die man machen kann, die Ernährung anzupassen und Krafttraining zu betreiben, also sich sportlich zu betätigen und damit auch unabhängig und frei zu bleiben und gesund zu bleiben. Weil eine Sache, die ich gelernt habe, ist, auch aus meiner Coaching-Zeit von früher als Personal Trainer, sobald du anfängst, irgendwie einen Trick anzuwenden und den Körper irgendwie zu überlisten und zu sagen, hey, pass mal auf, ich habe zwar nach und nach die ganzen Kalorien mir angefuttert und habe jetzt viel zu viel Fettreserven aufgebaut, weil unser Körper nun mal aufgrund der Evolution darauf gepolt ist, Fettreserven anzuspeichern und anzubauen und wenn ich jetzt anfange zum Beispiel irgendwelche Präparate zu injizieren oder zu nehmen, dann wird das meistens dazu führen, dass diese wirksam sind, das will ich gar nicht hier irgendwie... Das ist aber nur, das ist aber nur Symptombekämpfung, der Ursprung der ganzen Problematik wird so nicht aufgelöst, weißt du, wie ich meine? Ist einfach so. Jedes Medikament bekämpft eigentlich nur die Symptome und nicht den Ursprung. Man muss halt in den Ursprung, irgendwann musst du in den Ursprung reingehen. Du wirst nicht von Tablette zu Tablette, von Therapie zu Therapie gehen und dann irgendwann geheilt sein von deinen ganzen Leiden, so weißt du, wie ich meine? Erstens, weil nur die Symptome bekämpft werden, zweitens, weil die Ärzte die Pharmaindustrie und die Politik kein wirkliches Interesse daran hat, dass Menschen wirklich top gesund sind und vital sind. Das heißt, du bist eigenverantwortlich, musst dich selber darum kümmern, was für Menschen gesund ist und nicht eigentlich, leider nicht darauf hören, was dir, also nicht in erster Linie sofort darauf vertrauen, was dir Ärzte etc. sagen, so weißt du. Ich würde mich, wenn ich du wäre, alternativ auch beschäftigen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Ärzte und Leute, die mit alternativer Medizin auch arbeiten und damit musst du dich definitiv auch auseinandersetzen. Ich sage nicht, dass alle Ärzte schlecht sind oder dass nicht das ein oder andere Medikament Menschen auch helfen kann. Ich bin nicht Anti-Medikamente oder Anti-Ärzte oder so, aber es ist halt einfach so, dass wenn du wirklich die Ursprünge deiner Krankheiten auflösen möchtest, musst du tiefer gehen, als einfach nur dir irgendwas verschreiben zu lassen. Abrede stellen, aber was passiert und das ist immer das Wichtige, was passiert, wenn ich das Zeug mal wieder absetzen sollte. Also stellen wir einfach mal vor, das Medikament, so wie es ja eben auch jetzt wurde ja zugelassen und so weiter und immer mehr Leute, eben nicht nur, die es tatsächlich eigentlich wirklich brauchen, sondern immer mehr Leute, die es einfach sagen, hey, das ist doch was Effektives, dann kann ich eigentlich, ohne jetzt groß mein Leben umzustellen, kann ich trotzdem irgendwie abnehmen, weil ich einfach weniger Hunger habe und weniger esse und dann muss man sich immer die Frage stellen, okay, was passiert, wenn du es irgendwann mal nicht mehr nimmst? Dann wirst du natürlich den Jojo-Effekt deines Lebens haben und es wird wieder zurückkommen und was passiert dann, dass... Genau so ist es auch mit irgendwelchen Crash-Diäten oder so einen Scheiß, deswegen bin ich auch kein Fan von irgendwelchen 10-Wochen-Programmen oder ketogene Diät für einen Monat oder diese ganzen Geschichten, weil das ist alles nur zeitweise und meistens zu 90% verfallen die Leute danach wieder genau in die gleichen Essgewohnheiten beziehungsweise es hat sogar einen Rebound-Effekt, dass die dann sogar noch fetter werden und noch mehr essen als vorher, weil die Zeit einfach den Leuten so... Ja, weil es anstrengend war und die sich dann wieder den Shit anfressen, weil sie einfach frustriert sind vielleicht oder so. Ich sage, wenn du wirklich was tun willst für deinen Körper und Gewicht verlieren möchtest, mach es zu deinem Lifestyle. Sag nicht, ich mach es für drei Monate oder für vier Wochen oder für zehn Wochen oder was auch immer, sondern ich fange jetzt an, mich gut zu ernähren für mein ganzes Leben. Versuch lieber langsam deinen Lifestyle anzupassen und fang mit kleinen Steps an, wie zum Beispiel die Süßigkeiten oder das Wasser mit, äh, das Trinken mit Kalorien aus deinem Ernährungsplan rauszustreichen und geh so Step by Step immer mehr in Richtung gesunder Lifestyle, als dass du irgendwie so eine komische Diät für ein paar Wochen machst und dann danach wieder in dieselbe Scheiße reinfällst, weißt du? eine Art Abhängigkeitsstrudel bekommst und ich finde, das ist einfach allgemein eine ziemlich bedenkliche Entwicklung, ja? Es kann auch sein, dass dieses Thema auf diesem Kanal jetzt gar nichts zu suchen hat oder ihr euch einfach so denkt, hey, das interessiert mich jetzt alles gerade nicht. Ähm, gut, das ist natürlich eure Sachen. Ich kann ja sowieso nicht irgendwie vorschreiben oder das ist auch gar nicht mein Anspruch, wie er sein Leben zu leben hat. Ich kann immer nur sagen, für mich, ja, ich habe einfach keine Lust, dass ich irgendwann jetzt irgendwie in zehn oder in 20 Jahren irgendwie morgens erst mal, wenn ich aufstehe, so mein Medikamentenkästchen öffnen muss und erst mal so, erst mal so Medikament A, B, C für Montag, für Dienstag, für Mittwoch, irgendwie. Niemals, Digga, niemals, niemals. Immer, weil das kann, das kann einfach nicht gesund sein, ja, langfristig und deswegen denke ich, wie viele Menschen stehen so auf und das fängt schon heutzutage mit 40, 50 an, dass die Menschen so eine Kartusche haben und jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch bis Freitag, bis Sonntag da ihre Medikamente reinfetzen, so. Das kann nicht gesund sein. Für einen freien Geist, wenn ich frei denken möchte, wenn ich meine Meinung äußern möchte, wenn ich frei leben möchte, dann gehört dort eben auch möglichst ein gesundes Leben mit dazu und deswegen würde ich persönlich mich niemals davon abhängig machen wollen. Ja, ich meine, wenn wir jetzt das nochmal allgemein Hört auf, tierische Produkte zu konsumieren, da wird einiges an Krankheiten, die mit der Zeit meistens kommen, bei Leuten, die zu viel tierische Produkte konsumieren, wegfallen. Das ist meine Message hier an euch, meine lieben Freunde. Falls ihr noch sehr viel tierische Produkte konsumiert, schraubt das runter. Wenn wir wieder betrachten, dann sind wir ja sowieso in einer Welt, in der wir eigentlich immer mehr ein Abo-Modell haben. Das heißt, ich habe Abo auf die ganze Software, die ich nutze. Ich habe eigentlich auch das Abo auf das Wohnen, weil ich miete ja. Ich miete auch mein Auto, das besitze ich zum Beispiel gar nicht mehr und so. Und es gibt ja auch manche Leute, die sagen, ja, bis ins Jahr 2030 werden wir einfach gar nichts mehr besitzen, sondern alles nur noch mieten. Und das macht uns dann wirklich glücklich und so weiter. Klaus Illusion. Und seine Freunde, ja, davon bin ich übrigens überhaupt gar nicht begeistert. Ich finde, es ist sehr, sehr, sehr gut, dass wir auch das Recht und immer die Möglichkeit haben, Dinge wirklich auch zu besitzen und als unser Eigentum zu bezeichnen, weil daraus entsteht eben auch Verantwortung. Und genauso ist es bei der Gesundheit. Ich finde, wenn man das, wenn man das abgibt und das ist ein bisschen der Fall, wenn man das eigentlich nicht braucht und es trotzdem tut, ja, weil man eigentlich weiß, man will jetzt hier so eine kurzfristige Lösung einfach für haben, dann kommt das irgendwann im Leben meistens doppelt und dreifach wieder zurück. Und deswegen einfach so eine Art Medikament als Abo zu benutzen, das kann einfach nicht richtig sein. Und deswegen wollte ich dieses Thema mal unbedingt hier mit ansprechen, weil ich es wirklich bedenklich finde und ja, bin einfach gespürt. Einfach One Take 10 Minuten die Kamera auch so gehalten, ne? Respekt auf jeden Fall. Wie ihr das seht. Kiss dein Herz. Starkes Video, meine lieben Freunde. Fühl dich auf jeden Fall.